Ich habe mich so auf dich gefreut, dass du so spontan abgesagt hast, ich war enttäuscht. Ich verstehe, dass du für irgendeinen Kollegen einspringen musst, aber Christian, ich bin der Mann. Dieser bescheuerte Ferne, das geht jetzt schon so lange, ich weiß nicht, wie lange ich das noch kann. Okay, dann verschieben wir das nochmal. Ja, tut mir auch leid. Es war eher das, gerade irgendwie der Wurm drin. Ich weiß nicht, ob es an dir liegt oder an mir oder an uns. Nur weil wir eine Krise haben, heißt das auch nicht, dass ich fremdgegangen bin. Ja, bin ich. Christian! Ja, ich bin der Mann. Ja, ich bin der Mann. Aber jetzt sag mal, wie geht's, Christian? Wir lassen uns scheiden. Nein. Oli, ich liebe dich. Nur dich. Ich liebe dich. Und dabei habe ich gestern noch so groß rumgetönt, dass ich mich nicht mehr verknall, weil alle Typen scheiße sind. Ich würde dir machen wie Christian, die gibt es ja nur kein zweites machen. Würdest du dich fühlen, wenn ich da nicht von meinem Ex reden würde? Stell dir vor, ich habe die Liebe meines Lebens auch schon gefunden. Es war toll und er liebt sogar noch. Wenn du wirst, ich kann gerne mal Fotos rausholen und wir zeigen, wie glücklich wir waren. Aber ich kann gerne mal. Ich bin's, Olli. Krankenhaus. Warum? Was passiert? Trigo, bis später. Okay. Bella. Hey, Sascha. Hey. Alles frisch? Ja. Wo ist Olli? In London. Und sobald er Zeit hat, meldet er sich bei dir. London, wow.